Doch, mach raus, ihr bei dir... Juhu bist da? Geht los! Ne, gib kein Moment hier! Ne, ich bin noch nicht... Bin ich da? Da. Also, was passiert? War das richtig? Ok, scheint's zu sein. Ich bin einfach auf Charity gecharnt, deshalb. Habt ganz ohne Probleme alles. komm schon jedes mal fall ich einmal drauf rein auf diese stelle wir haben die map schon mal gespielt ja ja so eine angst dass du das war und dann habe ich das zurück nach vorne macht das ist ein sehr netter schon die wüsste ich wusste dass er da ist so eigentlich musik bei mir das macht das spiel komplett anders wenn das nicht in kompletter stille spiel hat mich wieder nach oben gestaltet das fand ich sehr nett ich habe keine ahnung mehr von der karte ich auch nicht das sollte man nicht machen schon das haben wir ja gut bekommen ich wusste niemand gekommen ich bin extra stehen geblieben ja weil max so von lang ist das habe ich aber das war doch ein schritt zu weit ich weiß nicht dass sie da kommt das finde ich gut danke bitte sehr nett von dir max ist eigentlich schon außerhalb der map aber das ist vollkommen egal zum zweiten mal schon jetzt sehr gut gott damit johnny die kiste schlägt wieder zu da dachte ich das habe ich das würden das das war nicht schnell war johnny nicht schlecht es hat mich ausgebremst ich krieg das nicht ja ich bin ja aber ich will ja danach langsamer geworden also das heißt hat mich zuerst schneller gemacht und dann ziemlich langsam aber wie schlecht ist denn bin ich denn hier bei der da gefällt auch der himmels richards das war auch das kombo ich hatte kinspeed für das leiden ich muss einfach oben gelangen du kannst doch hier auch super schnell werden johnny runter springen genau du bist verkackt ja gut aber ich fühle die mems sehr sympathisch ja mit dem move ach Mist also das habe ich nämlich nicht hinbekommen weil ich es nur erst dort war johnny hat etwa jemand angst vorm hook ja wann wird er kommen oh Gott anscheinend gar nicht die idee war gut genau in dem moment den hook zu machen das wenn das geklappt hätte wenn das geklappt hätte Richard und langes steller ach ich wollte es nach hinten ach Gott jedes Mal wow dass ich dazu geblieben bin ich habe es nach hinten gemacht ich habe es nach hinten gemacht ich habe es nach hinten gemacht ich habe es nach hinten bekommen bis hinten durch oder ich habe den hook bekommen an der Stelle schau ja ich bin hier doch noch rüber gefallen Nein ganz ich bin hier ich bin hier goddammit schön ach komm schon ok dann du bist halt der spitzende peek und der ins Spiel und dann boost dich dann ja ich muss den boost halt richtig benutzen Gottdammit Oh nein, ach komm, wie schlecht ich bin. Ich lebe noch. Wieso lebe ich noch? Weil Max schlechter ist. Ich hab das nicht verdient. Nee, weil ich mich drauf konzentriert hab, nicht zu sterben, Richard. Wie willst du da sterben? Naja, weil da konzentriert schnell zu rennen, also ich mein... Das war nicht schnell. Es war schnell genug, um zu gewinnen, Richard, von daher... Das ist korrekt. Ich check das. Goddammit, ich dachte ich schaff's. Wir sind einfach zurückgebounced. Oh, du Arsch! Ich mein... Nein! Ich hätte fast geklappt wieder. Gute Kiste! Ah, ja! Komm schon! Ah! Und bitte schneller, Johnny! Antwort das! Stoppen? Nee! Oh! Ich seh' nicht! Yes! Ah, hättest du das auch nicht gemacht! Nein, er hat ihn hochbekommen! Oh, das ist so gut! Oh, komm schon! Ich hätte ja gewonnen! Gottdammit! Gottdammit! Ja! Deswegen! Ach, komm! Mann, ey! Ach, Mist! Oh Gott! War er gewastet! Ja! Oh, er ist oben gehandelt, Richard! Ich hab richtig schlecht gemacht! War ich dann zu oft? Gottdammit! Wustig! Komm schon, Herrscher! Ah! Wustig! 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 Warum sind das rote Kisten vor einem roten Hintergrund? Ui, das hat mich getötet, Trani. Ne, das war ich, der dich getötet hat, aber... Na gut. Sorry. Ich dachte, ich habe mich mehr als nur dich. Ihr habt eure Schwierigkeiten mit der Stelle, oder? Aber so richtig gerade. Du springst rechts an die Wand, links an die Wand und rüber. Nein! Ah, jetzt ist die Spice! Das ist so ein Badito-Sie. Wow. 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 Das ist ein Ende. Ich verstehe das, Johnny. Wenn man es nicht gewohnt ist, auf dem ersten Platz zu laufen, passiert dann so. Ja. Echt zu laufen, also ne. Ich glaube rechts lange, ne? Das ist jeder, die diesen Witz rückt. Ah, Mist. Ah, doch weiter. Haben die mit auch schon mal gespielt, ey. Wer hätte diese Kiste abgeworfen, oder? Das war ganz schön gemeint. Haha! Wow. Ich wollte eigentlich auch Richard treffen, aber es hat ja trotzdem geklappt. Oh, okay. Mach einfach da lang jetzt. Ah, Mist. Komm. Ja, endlich. Was hat der mit. Uuh. Nein. Nice hook. Hehehe. Oi. What damage. Die Kiste machen? Wurde heiße. Warum, Johnny? Damit er Kisten sammeln kann. Was ist denn das für ein scheiß Start? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn das für ein scheiß Start? Oh, bitte. Also, wow. Wow, das war gemein. Also, es gibt Dinge, die nett sind, es gibt Dinge, die meinen sind, Johnny. Hat der jetzt. Ich wollte schon jemanden an der gleichen Stelle wie letztes Mal was legen. Ich war gerade am Eisstrahl. Ah, nee. Ich hoffe, niemand ist unter sich, Richard. Ja, ja, ja. Was, ich krieg nicht mal das Item. Komm schon. Ich hasse das. Jede Kante nehme ich mit. Da fragt man sich schon, wie Max bis jetzt überlebt hat. Hehehe. Kann ich besser schwinge. An anderen Stellen. Hier zum Beispiel. Weil Johnny zurückgesprungen ist, weil er vergessen hat, wo er lang muss. Nein. Oh. Oh. Jetzt zurück. Oh, Johnny. Ah. Ich hasse diese Kante. Ich mag diese Kante, Leute. Ecken. Oh. Oh. Mann. Warum hab ich dort Kiste hingestellt, bin ich so bescheuert. Wow, Leute, wow. Ja, mein Plan war eigentlich gerade, den Ball auf Richard zu werfen und abzubremsen, da war niemand da, das war nicht so schön. Jetzt wirft einfach Richard die Kiste haltest du den Ball auf mich, das ist nicht sehr nett. Was? Ach, come on. Hab ich mir nen Ball getroffen? Verdammt. Ach Gott, er hat mich gekackt. Ja, der war Schilder gehabt. Oh, ich hab doch geduckt. Ach, komm schon. Ja, perfekt. Wer ist rechts? Oh. Doch gerade ist so ein Geduld. Hab ich gefragt, warum das? Nein, hast du nicht. Ja! Oh. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ich hab zwei getroffen mit dem Ding, aber keiner ist. hingefallen doch ich aber warum denn zwei und dann bist nur du hingefallen ne die kiste das fällt niemand auf ah fuck gott die kisten aber das neue windows streaming tool ist echt gut finde ich es ist alles was ich wollte ich weiß ich werde ich die idee hatte das zu machen dieses neue aber ist das und die es mit also kalt man da alles drin oder du brauchst mehr dafür ja aber kannst du halt alles machen und so ist die frage müsste ich mal gucken wie das geht funktioniert weil ohne wäre es ein bisschen wem ich mein ob es halt hat schon ziemlich viele features warum nicht ob es nutzen wenn man auch einfach kostenlos ob es nutzen kann also das ist dann die frage wenn man halt eine einfache version von ob es haben will gottes willen aber halt auch einfach steam labs nutzen geht es bergauf ja es hat noch ein paar mehr coole sachen bietet als wahrscheinlich das microsoft also macht man die stadt hat oder alles hat in meinen augen ziemlich gutes software wo es auch wenn ich bin mittlerweile also besseres als ob es was man schon noch da ist also wieder hat deine spiele sowas halt legen kannst auf die verschiedenen auto devices und spuren das ist natürlich wenn ja ich meine das könnte theoretisch wahrscheinlich ob es auch als mein das ist ja oder du brauchst halt eine obs plug in was noch mehr funktion einfügt wahrscheinlich habe ich noch nicht gefunden aber ja und solche features fehlen ein bisschen was sollen das von ich habe getötet der rocker so lange richter wo bist du lange ich bin ich willst du dich gekommen das ding mal bitte auch ich habe ich dann hier keinen hook als zurückgegangen weil du hast einfach alles für ein aufgemacht das ist windows microsoft neue leute ziemlich gut ist aber aber wie lange bin ich schon eingebracht das war ich denn das nehmste wow wir laufen alle da lang ich verstehe warum ihr es mal aufmacht was haben wir vorbeigecken warum geht er denn auf den ganz ersten also nicht fand ich gut weil wir alle geduckt sind aber ich bin nicht genug und warum ging da vorbei ohne dass ich nein ich habe zu viel gemacht ja nice johnny ah schade johnny oh ha komm suicide rakete was hat er vor der junge ich spüre hier eine rakete mann ey tschuldigung ich wollte einfach nur wieder hier die rakete zu ziehen was sieh was sieh nice der schwung den mache ich meistens wenn ich dort runtergehe schade das ist auch eine ganz knappe kiste hier ja respekt 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 wir sind nicht alle also äh warst du das? das war ich ne ne welcher tag war das? das war der äh wo wir mit mir waren alle gemeinsam ja aber nicht da ich war doch nicht dabei natürlich ja also eben davon gibt es kein video johnny und so es ergibt halt auch null sinn weil ich war nicht da also so war es halt der große gewinner von der kleinen schwachen runde ich war der große gewinner gelände ne ne das ist vorbei das ging nur bis sonntag achso gerne außerdem zählt es halt nicht wenn es kein youtube wieder gibt johnny nice danke wer auch immer da das wow ach das ist die man ach nein er hat mich das jetzt gelaben na klar ich habe noch eine kiste wow wow es ist schon also wir werden ab ne große gewinner werden der einzig war der beste gewinner die frage ist wo geht die map weiter ja das ist die spannende was sind das für wege da geht es lang da war es doch dunkel ich habe mir gedacht ich hatte nicht viele wahlen mehr richard nein nein breakt hier die map nein top secret mal da muss er von uns sein bin begann ach komm schon wusst sie oder da ist doch ein wussensicht nein ich bin tot es ist mit dem großen gewinner passiert die wohl wird nicht meine map aber ich habe doch gerade geduckt und genau hier also diese stelle da war jetzt ja aber ich habe halt nur die ersten und die unteren zwei gesehen und nicht die lust ich kann hier hoch dadurch dass du jetzt Dann gehst du nicht hier lang. Ich wollte wissen, wo es lang geht. War kein guter Weg. Ich glaube, das ist scheiße. Aber der Schwung müsste eigentlich auch anders gehen, den wir die ganze Zeit zur Karin machen. Ja. Der geht auch anders. Den haben wir auch schon anders gemacht. Oh, ich hab doch... Geht doch einfach oben lang sonst. Ja. Da gibt es halt keinen Boost. Ah, da gibt es einen Boost. Ich war auch schon Richard. Du bist doch jetzt dafür unten lang gekommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Richard ist Genie. Richard denkt voraus. Das finde ich gut, Richard. Nein! Was? Weil du genau weißt, das macht einfach... Weil ich genau weißt, das macht random irgendwo. Aber die Wände gehen irgendwie auf dort an der Stelle. Nein. Sie sind ja nicht. Nee, du wirst es eine Runde geht oben lang, die andere geht unten lang. Ach ja, stimmt. Ja. Nein. Kisten. Nein, ich bin hier unten lang. Vielleicht ist es da unten gar nicht, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast. Doch, ist es. Nein! Ja, zwei die Kills. Ja, zwei die Kills. Ja, zwei die Kills. Nee, zwei die Kills. Ja, zwei die Kills. Hast du es? Ich habe es hinbekommen. Ah, Max ist noch da. Max, du kannst oben... Oh, der ist oben lang. Nee, das Dreieck war zu. Nee, das Dreieck war zu. Ging nicht mehr. War keine Ahnung. Max hat den Himmel nicht betätigt und will da lang. Es ist fantastisch gewesen. Nee, du musst da oben lang gehen, bevor das Dreieck zugeht. Ansonsten war es das. Du kannst auch durchspringen, wenn das Dreieck da ist. Also das ist jetzt nicht zu schwierig. Aber niemand geht unten lang, wo ich meine Kisten vorausschauend gelegt habe. Ja, weil jeder weiß, was du hier gelegt hast. Bis jetzt geht es nämlich hier lang. Nee, also... Wow. Ah, scheiße. Hättest du noch einen Hook gehabt und alles. Ah nein. Glückwunsch, Jakob. Danke. Endlich ist es vorbei. Danke. Danke.